Hey, hey, komm mal leer, komm mal leer, genau, brauchst du was? Wie was? Ich habe beste Ware für dich, guck, ASMR-Trigger, die findest du nirgendwo anders? Face-Touching, ja gut, Mouth-Downs, alles was du möchtest, nicht so laut, nicht so laut, flüster, flüster. Ja, macht dir super Angebot, super Angebot, einfach nur Video kommentieren und bewerten, Kanal abonnieren. Ja, das ist ein einmaliger Preis, safe, ob die Dinge gut sind, natürlich sind die Dinge gut, was für eine Frage, klar, Standard. Ja, pssst, sei nicht so laut, 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 leise. Okay, ich mache es so, ich gebe dir eine Kostprobe und du kannst selber entscheiden, ob du mehr möchtest oder nicht, Deal. Ja, okay, safe, korrekt, dann machen wir das jetzt so, ich zeige dir die Dinge jetzt, okay, ich kann ja vor dir kurz meine Brille abnehmen, ich vertraue dir, okay? Okay, okay, gut. Womit sollen wir anfangen, was möchtest du zuerst haben? Okay, verstehe. Habe ich ein 1A-Qualität da? 1A-Qualität, besser geht es nicht. Ja. Okay, machen wir, machen wir. Wie ist dein Name? Okay. Bist du öfter hier unterwegs? Oh. Bei dem warst du schon. Okay. Dann werde ich dich wohl jetzt überzeugen müssen. Okay, wir fangen an mit Brushing Sounds. Super einzigartiger Brush. Merkst du selber, ne? Kriegst du näher was war denn das? Dieses Sounds. Das ist ein Unikat. Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Gibt es das? Hört ihr das? Hört ihr das? Ich will mal nur den Besten, schau, also. Guck, gönner am gönner. Vielen Dank. Weißt du, was dazu noch gut kommt? Nein, ich sag's ja. Ja, chill, chill, ich zeig dir gleich die Maus. Und ich weiß, ich spüre schon das da. Das ist so dein Ding, oder? Ja. Hey, versuch die Augen aufzulassen, okay? Versuch nicht einzuschlafen. Eine kleine Extra-Challenge gerade hier. Ich weiß, super gut, das Zeug ist super gut, aber versuch die Augen aufzuhalten. Okay. 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 Mal die Funktion, nicht nur Bushing, sondern auch Tipping. Mouthhounds, darauf fahren sie alle ab. Wirklich jeder. Es gibt Leute, die können das gar nicht leiden. Die sind aber auch dann bei mir viel am Platz. Ja, ich hab da einen Pickel, ich weiß. Ja, ich hab das geflogen. Was für die Augen aufzulassen. Wirklich? Ich hab das ein bisschen breathing sound, ist noch dazu. Das ist kwaytig, noch das kwaytig. Okay. Okay. Versuche nicht zu dingeln. Ja genau. Ich denke, schwerer. Hat es dir gefallen? Hab ich mir doch gedacht, ich hab noch was Geiles für dich. Ich hab noch so ein extra Ding. Nur für meine besten Kunden. Kriegt nicht jeder. Kriegt nicht jeder? Ne. Das hilft nicht. Willst du haben? Kostet extra. Okay, korrekt. Machen wir. Und zwar gibt's da so ein Ding, das gibt es nur bei mir. So. Darf ich? Stüppel. Kalt. Stüppel. Kalt. Stüppel. Kalt. 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 Knacks. Genau, dann nehme ich deine negative Senator Writing. Negative Gedanken. Das ist so, knasаж, ich weiß. Stüppel. Katt. gut 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 Ich schneide dein Pony jetzt, ob du willst oder nicht. Sarah stört mich schon die ganze Zeit davon an deinem Gesicht. Okay, wie hat dir meine Ware gefallen? Extrem dingley, extrem dingley. Du möchtest auch was zum Einschlafen mal haben? Da ist jemand on fire würde ich sagen. Ja, das war jetzt so dingley-Kram, halt ja so ein bisschen dingley war. Ja, wir können uns am Morgen wieder sehen oder die Tage. Und dann mache ich dir was zum Einschlafen fertig. Dann treffen wir uns woanders und dann machen wir das ja richtig beim Schlafen. Aber ey, 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 komm mal hier, komm mal hier. Niemanden davon erzählen, das ist dir klar oder das ist absolut illegal, was hier passiert? Okay? Niemanden darfst du davon erzählen, schwöre. Kriege ich das raus, dass du das weitererziehst, haben wir beide ein Problem. Verstanden? Okay, dann ist gut. Hast du das Geld dabei? Ah, okay. Achso, du hast kommentiert, abonniert und geliked. Ja, okay, korrekt. Dann ist in Ordnung. Und jetzt machen wir den Abgang. Wir sehen uns beim Einschlafvideo. Safe. Ciao. Ciao.